Hallo Christoph, ich begrüße dich im Newsroom zu unserem täglichen Gespräch. Wie du weißt, sind Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck derzeit in Kanada, um die Zusammenarbeit in der Energiekrise zu beraten. Können uns die Kanadier tatsächlich helfen, uns von russischem Gas sozusagen unabhängig zu machen? Ja, kurzfristig ganz sicher nicht. Die Kanadier haben zwar große Möglichkeiten, Gas zu fördern und Flüssiggas daraus zu machen, um das dann über den Atlantik zu transportieren, aber sie haben an der Ostküste überhaupt keinen Hafen, wo man das verschiffen könnte. Und das heißt, sie müssten über einen Umweg über die USA uns das Gas beliefern oder sie müssten erstmal die Infrastruktur aufbauen, um mit einer Pipeline an die Ostküste zu gehen und dort einen Hafen zu bauen und auch die entsprechenden Schiffe. Das heißt, vor drei, vier Jahren oder so wird da nichts passieren. Das ist eher eine ganz langfristige Sache. Im vergangenen Jahr haben wir noch 54 Prozent Erdgas aus Russland bezogen, also sehr viel. Wie haben sich die Importanteile derzeit oder bisher verändert? Ja, die Anteile des russischen Gases sind drastisch zurückgegangen. Man glaubt es kaum. Wir beziehen aktuell sogar nur noch 9,5 Prozent des gesamten Erdgases, was wir verbrauchen, aus Russland. Und das liegt unter anderem daran, dass die das ja auch für ein paar Tage wieder mal abgeschaltet haben und sowieso nur 20 Prozent der Kapazität der Nord Stream 1-Leitung nutzen. Und die Folge ist, der größte Gasimporteur, den wir jetzt haben, ist Norwegen, die 38 Prozent inzwischen Anteil haben. Und danach kommen die Niederlande und Deutschland selbst hat ja auch noch fünf Prozent. Genau. Wie wird die Gassieferung, du hast es jetzt eben schon ein bisschen angesprochen, zukünftig aussehen? Habeck hatte ja versprochen, dass wir ab 2024 von russischem Gras vollkommen unabhängig sind. Ist das realistisch? Ja, das sieht wohl so aus, dass wir irgendwann gar kein Gras mehr aus Russland brauchen. Denn wir bauen ja jetzt LNG-Terminals, vor allem an der Nordseeküste, um auch das amerikanische Gas angeliefert zu bekommen. Und es gibt jetzt eine neue Studie, die davon ausgeht, dass bis zum Jahr 2030 die USA unser größter Lieferant, also der größte europäische Lieferant sein wird, also nach Europa und zwar mit 170 Milliarden Kubikmeter im Jahr. Und danach wird Norwegen kommen mit 120 Milliarden Kubikmeter im Jahr. Und dann kommen mit weitem Abstand Katar oder die Arabischen Emirate. Und Habeck ist ja wohl dabei, das zu verhandeln, dass wir noch stärker diversifizieren, dass wir auch noch ganz andere Länder fragen, ob sie uns Gas liefern können, nämlich zum Beispiel Australien oder Nigeria oder auch Algerien. Das heißt, in absehbarer Zeit, also fünf, sechs Jahre, denke ich mal, sind wir gar nicht mehr auf russisches Gas angewiesen. Sind dann die Nord Stream Pipelines überflüssig? Ja, zumindest kommt es dann darauf an, ob wir mit Russland wieder friedlich verhandeln können, denn das russische Gas würde ja dafür sorgen, dass auf dem Weltmarkt insgesamt wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Dann könnten auch die Preise wieder sinken. Aber so weit sind wir noch nicht. Nee, leider noch nicht. Das stimmt. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Das Thema wird uns begleiten. Ja, das stimmt.